Da bin ich wieder. Habt ihr ja schon letzte Woche gesehen. Ich stehe hier praktisch am Ortsausgang, am Dorfausgang. Und ich gehe jetzt in diese Richtung weiter. Und ihr seid dabei, wenn ihr möchtet. Also, begleitet mich. Von da bin ich jetzt gekommen. Ich stehe hier auf einer Kreuzung. Altes Bauernhaus. Der Wirtschaftsweg führt hier über ein Gehöft. Ich gehe jetzt da lang, komme ich einmal unter der Autobahn runter her. Ja, und dann hole ich euch gleich wieder dazu, wenn ich da drunter weg bin. Willkommen unter der Autobahn. Auf jeden Fall ist hier Schatten und nicht ganz so heiß. Und es heilt schön. Ja, ja. So, das gefilterte Wasser hat anscheinend noch nichts bei mir ausgelöst. Mir geht es noch gut. Ist ja auch schon mal was wert. So, jetzt haben wir uns das hier auch hinter uns gebracht. Da liegt das laute Biest. Die schnelle Schlange. Und das, das ist mein Weg. An dem Feld vorbei. Kleiner, feiner Schatter. Die Sonne brennt. Ich verbrutzel mir den Fels. Herrlich. Und ich höre Enten oder irgendwie was. Enten oder Frische. Irgendwie was in die Richtung. Weil dahinter ist irgendwie ein Baggerloch. Ja, in Fällern, da gibt es auch Steinbrüche. Können wir, glaube ich, aber noch mal genauer sehen, weil da kommt irgendwie noch eine Informationstafel. Da hole ich euch dann wieder dazu. Ich glaube, das wird mein Pausenplatz hier. Ja, dann sind wir hier an der Station 3, der Zementroute in Beckum. Also verläuft das hier so, ja, parallel oder so zu dem Berseradweg. Aber hier sind halt verschiedene Routen in ein und derselben Gegend. So, da bin ich jetzt. Also hier. Dann müsste da ja jetzt das Kühle nass zu sehen sein. Dann wollen wir mal gucken, ne? Ob man da was... Ah, ist er. Das Baggerloch, der Baggersee. Jochi. Wer todesmutig wie ich bin, gehe ich da jetzt mal nicht runter. Weil sonst lande ich nachher da unten rein in dem Tümpel. Das muss ja auch nicht sein. Und ich wollte heute noch nicht baden, ne? Jedenfalls jetzt noch nicht. Aber schick, schick. Ich bin begeistert. I am begoasted. Naja, ich pflanze mich da jetzt erstmal auf die Bank und dann Flüsse lang machen. Und dann geht das gleich in diese Richtung weiter. Musik 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 Ja, dann bin ich jetzt wieder in urbanem Gelände. Jetzt gerade hier in Neubeckum einmarschiert. Dann kann das ja was werden. Könnte ich ja mal einen Sparger besuchen gehen, ne? Mach ich vielleicht auch. Wer weiß. Lassen wir uns mal überraschen. Musik 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 So, ich bin so gut raus wie aus Neubeckum. Ich gehe jetzt hier die Schwarze entlang in diese Richtung. Musik Hier sind die Bahnschienen. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier lang und dann bin ich auch schon raus aus Neubeckum. Auf dem Weg in Richtung Enigalo. Musik Oh, liebe Leute. Musik Es hat mich gerade meine Frau angerufen, ob ich noch Lust zu laufen habe und eigentlich habe ich keine Lust mehr. Weil mittlerweile, ja, setzt es mir noch ganz schön die Hitze zu. Ich habe zwar noch mal Wasser aufgefüllt in Neubeckum, aber die ist jetzt hier eh unterwegs, meine Frau. Ja, dann lasse ich mich doch abholen. Scheiß drauf. Die Tour halt hier zu Ende. Videomaterial habe ich auf jeden Fall genug. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Video. Darksider over and out. Musik 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 Musik